Hallo und herzlich willkommen liebe Freunde, ich bin Marcel von YourGames und wir spielen weiter Baldus G3. So, wir sind jetzt auf dem Weg zu den Türmen des Mundaufgangs. Ich hoffe, ich bin ja auch richtig... Das sieht, glaube ich, gut aus. Uh. Okay, das nehmen wir mit. Also, ich habe keine Ahnung, was passieren wird, wenn wir jetzt hier durchgehen. Ich glaube, die haben wir ja untersucht. Zollhaus. Okay. Okay. Oh, help! Help! Oh, help! Help! Look, Simpsons. Okay. Ah, da ist irgend so ein Ding. War das jetzt gut oder war das jetzt nicht so gut? Was ist das denn, ey? Schatten, Wurzsack, what? So, das Kurzschwert, Githyanki, äh, Githyanki Kurzschwert, würde ich tatsächlich sagen, das schieben wir hier mal weg. Was war denn das für ein Ding jetzt gerade? Also kann das sein, dass es so ein Alchemie-Ding war? I don't, I don't know. So, ja, ich spreche mit ihm, keine Ahnung, worum das geht. Oh. Hä? You brought violence! Unacceptable! But all can be forgiven for the right price. Okay. You can pass, but first you must pay. Another! Ähm, ja komm, wir machen das noch einmal. Wir gucken mal. Ja, jetzt... mehr Gold! Ich brauche mehr! Boah was? So, ich glaube so langsam hab ich keinen Bock mehr auf die. Auf das Vieh. Hm. Oh! 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 Ich brauche mehr! Alles, was Sie haben... Alles muss bezahlen! Alles muss bezahlen! Gold! 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 Wie bitte? 600? Alter, was? 600? Das ist... Das ist voll crazy! Alter, echt! Was? Was? Hilfe! Wenn Sie nicht geben, dann werde ich nehmen! Ich werde mich frei! Boah, ich weiß nicht, ob man das echt hier schaffen kann! So, erstmal sollte ich hier halt... ... Ja! Das wird schwierig jetzt, glaube ich. Das wird echt sinnvoll. Wow. Sehr gut. Gut, ist das besser? Ja, shit, ey. Okay. Das geht nicht. Das geht nicht. Das geht nicht. Das geht nicht. Okay. 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 Die Säure ist ja sehr uncool. Das ist wirklich sehr uncool. Ähm. Okay. 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 Boah, Schattenherz, die müsste ich gleich mal wirklich heilen. Oh Gott, wenn da noch einer runterkommt, dann ist es vorbei, echt. Dann ist es richtig vorbei hier. Also ich sehe das nicht, dass man das hier schaffen kann. Oh Gott. Boah, Kala ist auch gleich platt. Oh mein Gott. Okay, das macht gar nichts. Ja. Boah, das sind auch so viele. Okay, ja. Okay, ich weiß jetzt gerade nicht, wer hier jetzt dran ist. Bin ich dran? Ich glaube, das ist nicht machbar. Ich glaube, das ist leider hier. Wie wäre das voll kaputt? Drei tot? Geil. Bin gespannt, vielleicht geht es ja. Ja, also ich glaube zwar nicht, dass es funktionieren wird, ich meine, verliert gerade gar nichts. Das ist schon mal sehr gut. Was? Was? Okay, jetzt wird es hier aber wirklich langsam echt uncool. So. Wie viel hat er denn noch? 236. Boah, das ist... Boah, was? Bitte? Boah, wenn ich das nur... Mit LaSell schaffe? Alter, das wäre richtig krass, glaube ich. Ja, ein Punkt ist okay. Die ist gut immun, also ich... Die nehme ich ja echt nicht so viel ab. Das ist... Ein ist... Witz. Und das hier ist halt nur betäubt, okay. So. Jetzt speichern wir nochmal ab. Ein nehme ich mir noch. Help! Me, oh my, oh my, oh me. Oh, das war echt... Das war, glaube ich, gerade nicht so mega geil. Ich glaube, ich lade nochmal. Der hat aber zu wenig Schaden anbekommen. Der hat ja zu wenig Schaden anbekommen. Okay, das war gut. Ja, komm, mach den hier. Wie viel hat er denn noch? 166... Ja, komm, das muss gehen, ey. Das kriegen wir hin. Er verliert ja kaum. Äh, sieh mal. Uh, 14 war jetzt nicht so mega gut. Alles hier, Feuer, Säure. Boah, das... Das tat jetzt... Das tat wirklich jetzt weh. Das tat wirklich weh. Oh man, ich brauch ein paar Heiltrink mehr. Wow, jetzt machen die aber hier richtig Halligalli, Alter. Jetzt machen die hier aber richtig Alarm. So, ähm... Trank der Mächtigen Heilung. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Oh, jetzt waren nur noch 60. Alter. Komm, das muss doch jetzt gehen. Wenn ich jetzt nicht zu viel Schaden bekomme, dann müsste es gehen. Oh, help, help. Oh, help, help. Komm, 1, genau. Aber jetzt 29. Wow, kriegischer Treffer. Sehr gut. Jetzt halt nur noch 9. Hey, locker, locker machbar, Leute. Echt locker. Hauptsache, ich werde mich das zeitlich jetzt segnen. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Okay, das war nicht so geil. Okay. Das macht aber nichts. Ich habe Gott sei Dank hier gespeichert gerade. Jetzt machen wir mich platt. Okay. Das macht aber gar nichts. Okay. Weren't you help me? Set me free. Na, die machen das selbe jetzt. Okay, jetzt haben wir aber nur 5 verloren. Boah, das ist jetzt echt eine knappe Nummer, wirklich, das ist gerade. Okay, sehr gut. Kommt da noch einer? Okay, speichern erstmal. Alter. Okay, das haben wir ja gut gemacht. So, das Problem ist, muss sich alle hier erwecken. So, ich belege gerade, was besser ist. Ich glaube, besser wäre es, wir gehen ins Lager und erwecken einfach mal alle. So, wo ist denn Lazarus? Vielleicht da oben? Zorn. For whenever thou hast need of my services. Be assured, it is not by choice. Boah, das kann ich gar nicht. Okay. Wow. Ich muss alle erstmal mit... Oh Gott, das wird... Pff, habe ich so viele? Okay. Boah, okay, hier sind sieben. Oh Gott. Oh, help, help. I'm not going to last much longer Take your so jetzt sind alle wieder am start von wieder alle am start so jetzt gucken wir noch mal hier so wir müssen ja ein bisschen aufteilen wieder 44 wir haben nur vier immer das ist ja ich hätte das vielleicht nehmen sollen dann machen wir mal die dahin ist nicht hier ein bisschen ressourcen aufteilen also zwei der hat vier der hat vier ok ich kappel teilen mache ich auch noch zwei dann gehen zwei dahin zwei gehen dahin einer geht dahin so dann haben wir das glaube ich ein bisschen aufgeteilt so heiltränke heiltränke so was haben wir denn hier sieben bis 14 neun bis 21 wow ok warte mal fünf bis 17 so so blut me 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 Ich bin, ich bin, ich bin, ich bin! Drei bis zehn Schaden, vier bis 14, okay. Das bringt jetzt nicht so mega viel. Ähm. Der bringt tatsächlich auch nicht so mega viel, okay. Der bringt bis 15, der bringt auch bis 14, okay. So, wir machen das so, wir machen das dahin. So, wir gucken mal was... Ein nicht signierter Schreiben, das von einem Fälschungsversuch handelt. Okay. Wie beliebt denn das? 1,8? Also die Scheibe würde ich tatsächlich dahin machen? 2,0? 1,8? 1,8? 2,0? 2,0? 2,0? 2,0? So, und jetzt gab es noch einen Zollhausschlüssel. Wo ist der Schlüssel denn jetzt eigentlich hin? Äh, jetzt das frage ich mich gerade. Ah, was kann ich da drin, ne? Kann ich das hier so einmal machen, dann machen wir zwei, nö, das geht nicht, dann machen wir das so. Bisschen Ordnung muss sein, weil das nervt mich einfach, wenn hier immer so eine Unordnung ist. Ähm, komm Waffen machen wir mal hier nach unten und die Schlüssel machen wir dann da. Das sieht so ein bisschen, ein bisschen besser aus, glaube ich. Okay, dann sollten wir ja tatsächlich, oh, ein... Okay, gucken wir mal, was da drin ist. So, der hat tatsächlich gar nichts mehr. So, dann sollten wir hier nochmal ein bisschen wirklich untersuchen, was hier noch abgeht. Hier ist gar nichts. Andletzte Gier. Da liegt auch Gold, oh, hier liegt überall Gold, das ist ja... Untersuchen, guck mal, wie viel das ist. Äh, 21 Gold, okay. Tüntönfass, okay, interessiert mich jetzt nicht. Ja, wir müssen ja alles untersuchen, wie es bestimmt... Ja, wir müssen ja alles untersuchen, wie es bestimmt... Okay, morse Brunbretter. Wow. Was ist das denn, ne? Wenn der Trigger eine Waffe für... Okay. 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 Willst du mich helfen, set mich frei? Okay, irgendjemand ist da gerade heruntergefallen? Ach so, man hätte... okay. So, ich weiß jetzt nicht, kann ich da rein springen? Uh, okay. Dann machen wir mal. Ich teile mal die Gruppe erstmal auf. Boah, ich hoffe, ihr springt da jetzt nicht alle herunter. Willst du mir helfen? Set mich frei! Ich, oh mein, oh mein, oh mein! Ich sehe einen Knopf. Ich sehe hier einen Knopf. Wahrscheinlich kann ich ihn nicht erreichen, weil ich kein Feuer gemacht habe. Okay, es bringt nichts. Wie soll es jetzt einfach mal so dunkel hier? Ach, Wannoh. Oh, Hilfe! Hilfe! Kann ich die Tür ja... Das ist ja weg. Okay, da kommt man echt nicht durch. Kannst du mir helfen? Set mich frei! Shit, wie komme ich da jetzt hoch? Äh... Hilfe! Hilfe! Das geht so... Das geht so... Willst du mir helfen? Set mich frei! Willst du mir helfen? Set mich frei! Was ist denn jetzt mit dem Schattenherz hier? Oh mein Gott, was macht die denn jetzt? Nein, nicht verstecken! Nein, nicht verstecken! Hilfe! Hilfe! Was zu tun? Ich kann nicht riskieren, dass ich eine öbliche Sicht zu sein. Willst du mir helfen? Set mich frei! Schauen wir uns mal. Okay, hier habe ich, glaube ich, echt alles mitgenommen, oder? Okay, hier habe ich noch nicht geschaut. Ich, oh mein, oh mein, oh mein, oh mein! Kannst du mich helfen? Set mich frei! Hier liegt auch ein bisschen Gold, Freunde. Kannst du mich helfen? Set mich frei! verschlossen okay verschlossen ist für uns das problem so jetzt bewegt sich ja gar nichts wow was zum hänker ist hier eine fette trug ok 10 naja sollte gehen ja komm ja hör mal mit schadet ja nicht oh stop hier ist geld hier ist wieder geld auch mal mit ok Okay, irgendeinen Schlüssel? Oh, dieses Rumgejammer, es nervt einfach nur noch. Ernsthaft. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott! Das könnte mir wert sein. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott! 30! Alter, niemals! 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 Soll das denn gehen. Das ist impossibel, das geht gar nicht. Also, das kann ich vollknicken. Es sei denn, wir haben gegen einen Schlüssel. Oh, Hilfe, Hilfe! Okay, ähm... Die beiden machen hier gerade noch irgendwelche komischen Verrenkungen. Ich würde gerne machen, danke. Let's gehen. Willst du mir helfen? Set mich frei! Okay, ich weiß nicht, wie man es öffnen soll, echt, also... Ähm, ja, man hat einen Key dafür. Gotthuern... Oh... Hilfe! Ähm... Oh! Wir können ja mal gucken, ob das jetzt damit geht, aber ich glaube jetzt nicht. Wir brauchen ja einen anderen Schlüssel, auf jeden Fall. Damit kommen wir ja nicht klar. So, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal nach oben. Ja, okay, hier auf dem Dach ist tatsächlich gar nichts. Also nichts, was man jetzt hier irgendwie looten könnte. Okay, wir gehen wieder runter. Oh, helf, helf! Okay. Okay. Ich glaube, hier ist wirklich gar nichts. Ist das alles so, irgendwie so ein Müll? Oh, jetzt noch ein Safe. Okay, da kann ich aber nichts machen. Ich werde das nicht mehr helfen. Ich werde das nicht mehr helfen. Ach, ich werde auf mich auf alles legen. Ich werde das nicht mehr helfen, ich werde mich frei. Ich werde mich helfen, ich werde mich frei. genau das war nämlich das wo ich unten war so sind jetzt alle da alter was ist mit kala los irgendeinfach mal fest hier ist geld oder gold er gut hier haben wir das zollhaus verlassen ja so sicher tatsächlich gar nichts also gut da unten das abgrund ist glaube ich nicht so gut so dann hätten ja glaube ich hier alles nein nicht nicht geht einfach durch dinge gehen sie wieder durch irgendwie ist es manchmal ein bisschen baggy aber hier würden wir das zollhaus verlassen ok freunde ich würde sagen wir müssen auf die toilette hier und in dem sinne verabschiede ich mich denn ich muss auch mal langsam auf die toilette so ich habe ja die folge hat euch gefallen hat gerne ein abo ein like und dann bis zum nächsten mal ja 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 ja